So, wir sind zurück an einer neuen epischen Schlacht, auf einer riesen Basis, ihr seht es wirklich ziemlich weit oben. Alter, die hat vier Punkte, die du einnehmen musst. Achso, aus dem Galaxy kannst du übrigens auch aus jeder Höhe rausspringen. Oh, hier ist, glaube ich, gerade eine Galaxy gelandet neben mir. Ja. Ich bin bestimmt auch gut, auf jeden Fall zu sein. Oh, 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 oh. Mal sehen Sie. Nein! Wechsel doch die Wappen! Ach Gott! Ich sollte die Shot Cards nutzen. Mach! Ah, ich geh glaube ich hier lieber zu denen. Du brauchst halt wirklich schon Ewigkeiten, bis du hier wirklich große Fortschritte machen kannst. Aber es ist eigentlich ziemlich cool, dass du hier wirklich über so mehrere Stationen da hochkommst, ne? Und wie riesengroß dieses Ding einfach nur mal ist. Fuck off! Noch ist ein Sieg möglich! Ach! Werden wir schon kriegen, so viele Leute wie jetzt hier hochspringen. Ja, da können aber auch viele drinnen spawnen. Da gibt es mehrere von diesen Spawnräumen und so. Wow! Oh! Obwohl man hier von der anderen Seite noch irgendwie reinkommt. Ah, ich glaube, kann es der vielleicht draußen rum. Muss doch unterbrochen auf der anderen Seite noch einen Eingang geben. Scheiße! Ja, gibt es glaube ich. Boah, fuck! Aber der wird garantiert genauso gut verteilt sein. Boah, fuck ey! Auf der einen Seite sind so viele Panzer von denen. Krass! Es ist halt unpraktisch, dass es da nur zwei Eingang gibt und die so eng und dünn sind. Ach, Mann, Typ ey! Au, 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 au! Ja, das ist halt auch praktisch. Die kommen halt auch nicht an einer anderen Stelle raus. Das finde ich halt gut. Boah, die machen uns ja übelzartig ey! Die Teheranische Republik hat die Einrichtung erobert. Der fuck, was geht hier ab? Was hat denn das jetzt von... Die Teheranische Republik hat die Einrichtung der Eingang ist echt übel. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Frag mich! Oh, okay! Also die Eingang sind echt übel da durchzukommen. Dann muss der ja... Shit! Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Her, komm, los! Ich will gerätzt werden. Frag mich! santig auf. Sanitärer im Einsatzgebiet. Gott! Scisk! Jo, Kampfrang Nummer 6 Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Komm, retz mich Das ist doch wieder das eine von uns Ey, dass nachher noch Ewigkeiten geretzt werden kann, ist cool Alter Ich bin gerade im unteren Teil des Komplexes gewesen Da geht ja irgendwie zur Schlacht Das sind bestimmt 50 Mann von uns Was von hinten Och, ne doch kein Teamkill Hä, wo kam der denn her Okay Ja, akzeptieren Ich bin gerade Oh Gott Oh 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 Ey, die kriegen wir uns hier gerade echt gut. Ah scheiße. Auf der einen Plattform haben sie uns wieder wegverdrängt. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber... Was hast du gesagt, du bist drinnen, ja? Nee, ich war... Okay, ich glaube ich spawne jetzt auch drinnen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der war irgendwie mitten in der Base-Zone. Ach nee, toll, hä? Der wurde mir nicht richtig angezeigt. Okay. Boom. Oh ja. 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 Krasse ey hinter mir stehen zwei weitere Geschütze WTF ey Scheiße Ne ich bin gerade gestorben Ich wurde eigentlich meines Achtens auch nicht direkt getroffen Aber ich mache glaube ich den hier ansturm hier noch mit und dann bin ich halt auch weg es ist doch sowas von fahrne vor allem überlegt mal wie lange wir zu den ansturm hier noch brauchen nur so für eineinhalb stunden was Boah, Typen, verpisst euch doch nur. Boah, das sind so fucking viele ey, ich steh nur in so'n alter Schwede, hi. Shit. Oh, oh, da kommen ja wirklich Panzer. Nein, jetzt hab ich mich wegkatapultiert, what the fuck. Okay, hallo. Krass ey, wow, was ein Flug. Warte, schießt ihr doch einfach ab. Der Punkt ist sehr schwer. Warte nicht, ob man von oben reinkommt. Ne. Also von ganz oben. Naja, würde ich bezweifeln. Kann auf jeden Fall reingucken. Na, fliegst du grad, oder was? Aber ich flieg grad mit meinem Dingstar nach oben. Beziehungsweise kann ich jetzt auch schnell laufen. Bin aber nicht der Einzige, der das versucht. Feinball funktioniert's wirklich nicht. Naja, wir können jetzt Feuerschutz sozusagen geben, indem du dich da einfach mit dem Ding da oben hinknallst und dann einfach alles wegknallst, als es geht. Müssen halt mal versuchen, wenn ich tot bin, geh ich nochmal zu unserem Hauptspawn. So, dann hol ich mir nochmal so einen dicken und dann bombardieren wir das einfach mal den kompletten Eingang. Scheiß auf unsere eigenen Leute. Oh, das wäre glaub ich grad so die einzige Hilfe, was ich hier so vorstellen könnte. Ja, das klappt vor allem auch. Ich glaub ich auch erst rein und gehen auch schon. Geht�! Geht ihr nach! Geht! 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 Jaaah! So. Ah, das sind ja hier auch einige, die hier noch doof vorm stehen. Geil, Jungs. Boah, fuck, ne, Galaxy will ich jetzt nicht fliegen. Das müsste ja auch nochmal Galaxy sein, ne, Galaxy Terminal. Geil nochmal hier so ein. Könnte ich das? Ach da, scheiße, die muss ich auch ausbauen, das ist ja richtig schwul. Oh, was, ich muss noch eine Minute warten? Okay. Cool. Gucke ich dir heute mir mal an, was man hier noch so machen kann. Gut, Karte habe ich jetzt schon lange verstanden. Mhm. Ist ja schön, was man hier wieder mit diesem ganzen In-Game-Storm machen kann. Krass. Geil schafft. Ja, na klar. Blablabla, das hab ich jetzt auch schon verstanden. Ok cool Gucken wir mal noch was es so tolles gibt es wird den zugriff an den reduziert mit dem die gesundheit ist von uns zu sechs sekunden lang wieder hergestellt wird ich würde gerne auch meine waffe verbessern visiere so Gut, dann machen wir das jetzt noch mal in der Ome drauf. So. Hätte ich mal ein paar Flugmillisekunden mit dieser Kiste probieren. Aussehen kann man auch ändern. Okay. Ha, das ist also drauf. Okay, W ist eindeutig die Geschwindigkeit. Zurücknehmer. Okay, gut. Mit Leertasse fliege ich hoch. Steuerung runter. So. So. Gut. Verlast umgeht. Der Sperrbereich. Oh, ich glaube wir können da nicht mehr spawnen. Nicht? Ich sehe da keine spawnpunkte mehr. Hier komm mal zum Hauptpunkt. Zum Hauptpunkt. So, scheiße. Ich habe mir jetzt gerade so halbwegs mal die Steuerung von der Kiste hier angeguckt, wie es funktioniert. Wir haben einen Gegenantrag gestartet, ey. Stefan? Ja, ich bin dummerweise schon gespart, aber ich sterbe bestimmt bald wieder. Ah, mit C landet man also auch noch. Cool. So, jetzt kann ich zum Hauptpunkt kommen. Okay. Okay. Ich bin relativ weit hinten. Ich bin relativ weit hinten. Hm. Wie hin? Achso, du fliegst da gerade drüber, oder? Ne, ich lande hier gerade. Das Check hat irgendwer bei mir einen. Wichsding. Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin jetzt fast in der Mitte von dem Ding. Ne, ich bin... Ach, scheiße. Ich bleib einfach da. Bist du die 8, oder was? Kann sein. Bist du drinne? Jo. Ah, okay. Oh, Feind, glaube ich. Oder? Ne. Warum ist denn der neue Punkt da? Oh, wir haben geschossen. Ja, von soem... Da ist es hinter... Vor uns. Rechts. Musst du mal hier bei so nem Landepunkt landen und mal Munition auffüllen. Wieso? Ich hab nicht so viel, oder? Ich wüsse nicht, ob ich wirklich nur so wenig hab. Aber ich glaub's ja nicht. Okay, krass. Oder ist denn da, dass das Feindliche ist, links und uns? Fliegt's links, 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 links? Echt's? Boah, die Dinger sind überhaupt nicht so wendig. Au, 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 au. Uah, alter Schwede. Ich bin eben ja so für unter uns an dem Geschütz dran. Wuuuum. Da hab ich mit dem Raketenperfer runter geholt. Aaaaaaah. Okay, ich bin tot. Hahaha. Ja, das war sogar echt die Rannimo-Aktion. Auf jeden Fall. Ah, scheiße. Gut, mit der Aktion würd ich jetzt auch einfach mal sagen, beende ich meinen Zockerabend heute. Ah. Dann, beim nächsten Mal weiter, oder? Jo. Okay, alles klärchen. Bis denn. Gerne. Bis dann.